Heute zeige ich Ihnen unseren Liquiditätscheck für den Ackerbau. Damit haben Sie den Kontostand für Ihren Betrieb jederzeit im Blick. Gehen Sie in drei Schritten vor. Als erstes tragen Sie die voraussichtlichen Ausgaben im Jahresverlauf ein. Berücksichtigen Sie dabei auch Zins und Tilgung, Investitionen, Privatentnahmen und Steuerzahlungen. Wenn Sie weiter ins Detail gehen möchten, können Sie weitere Einnahmen und Ausgaben individuell benennen und Werte eintragen. Nun schauen Sie auf die Einnahmen. Im Anbauplan schätzen Sie den voraussichtlichen Ertrag und ermitteln die Einnahmen auf Basis eines groben Richtpreises. Diese Planzahlen sind natürlich zunächst ungenau und sollten regelmäßig angepasst werden. Im Laufe des Jahres steigt dann die Aussagekraft. Als drittes geht es in den Vermarktungsplan. Die unverkauften Mengen werden automatisch im Juni 2016 angezeigt. Auch hier haben Sie die Liquidität jederzeit im Blick und können verkaufte Mengen eintragen und die weitere Vermarktung planen. Durch Preisänderungen können Sie unterschiedliche Szenarien durchspielen und sehen direkt, wie sich dies auf Ihre Liquidität auswirkt. Alle Daten Ihres Betriebs können Sie jederzeit anpassen. Sie sehen sofort Monate mit erhöhtem Kapitalbedarf und können rechtzeitig reagieren. Wir wünschen Ihnen ein glückliches Händchen bei der Vermarktung. Wenn Sie den Liquiditätscheck nutzen möchten, melden Sie sich. Sie erhalten umgehend eine kostenfreie Testversion. Als Abonnent unseres YouTube-Kanals erhalten Sie noch schneller Infos über neue Analyse- und Planungstools für die Landwirtschaft. Wenn Ihnen unsere Tools gefallen, freuen wir uns über den Daumen hoch. Wir wünschen Ihnen ein glückliches Händchen.